Bei Esterhase werden rund 40 Hektar Christbaumkulturen im Bezirk Oberbullendorf bewirtschaftet. Diese werden nicht regulär, sondern nach dem Prinzip von BFC bewirtschaftet. BFC steht für ökonomische, ökologische, soziale und nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern. Esterhase wurde somit auch 2016 mit dem BFC-Award ausgezeichnet und ist seit 2015 Mitglied des Burgenländischen Krispronferenz. Unsere Verkaufsstandorte befinden sich von mittleren bis ins nördliche Burgenland. Die wichtigsten wären im Schloss Park in Eisenstadt, im Bezirk Oberbullendorf in Stob Süd, im Schloss Lackenbach. Viele weitere Verkaufsstände finden Sie natürlich auf unserer Homepage. Als besondere Service gibt es seit 2016 den Verein Christbaumhändler. Dieser taucht als sogenannter Pop-up-Store in Ortschaften auf, um Christräume zu vermarkten. Mit einem Kauf eines Esterhase Christbaumes unterstützen Sie das wichtige Prinzip der nachhaltigen Bewirtschaftung von Wäldern.